Hallo ihr Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Es gibt mal wieder eine Ankündigung und zwar haben Rosa Wehinger, Alex Bunte Bastelwelt und ich beschlossen, dass wir zusammen Challenges machen und zwar jeden Sonntag, also einmal in der Woche und wir haben hier schon ein paar Begriffe. Den ersten Begriff seht ihr, also was nächste Woche drankommt, also wir fangen erst nächste Woche an, was nächste Woche zu einem Begriff drankommt, könnt ihr sehen auf Rosa Wehinger's Kanal und ja, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge oder Ideen oder Wünsche habt, dann schreibt es doch in die Kommentare, dann können wir die Begriffe hier in unsere Box reinmachen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, falls ihr nicht extra auf ihren Kanal gehen wollt, der erste Begriff war Room Deco und ja, also Daumen nach oben, Begriffe in die Kommentare und sonst Bye!